So, da ist er, der Penner. Servus. Er hat nämlich schön hier in Hagen gepennt. Scheiße, muss ich schon piepen. Hier hat er gepennt. Kommt gerade frisch von seinem Roadtrip zurück. Ja. Und ja, den Abschluss findet er natürlich mit den Enduro-Wipes. Bester Abschluss. Ja. So ist es. Kann man das sehen? Ja. Das ist schön, die Spelge zerdeppert. Ein Durft zu viel. Ja, krasser, krasser Fahrer. Da sind die nächsten. Ich war gestern. Ach, hast du noch gar nicht sauber gemacht. Nee, reicht für heute. Martin. Wahrzeit. Sache ohne Helm. Müssen wir schnell wieder filmen. Chance kriegen wir nicht oft. Ja. Voll die Flotter. Ach, Quatsch. Gemütlich. Wir haben Sonntagmorgen. Den Ingo dabei. Moin. Grüß dich mit seinem 301er. Eier. Mit dem Eierkiller. Mit dem Nussknacker. Das Ding werden wir gleich mal wiegen. Ich habe mir extra keinen XXL Dirtuit gekauft, damit ich mich mit der Hose nicht da drin verfange. Die Weibs sind wie immer pünktlich. Raleck kommt natürlich wieder zu spät. Wir haben gesagt, halb elf starten und er kommt erst irgendwie um zwanzig vor elf. Ja, was? Ach, alles gut. Autofahren kann er. Wenn er sonst nichts kann. Ach, Gris, gut. Busch, nur Medel. Gris, gut. Guten Morgen. Morgen. Wer ist denn da? Francesco. Hey. Ja, schön, dass der endlich weg ist. Schön, dass ihr weg seid. Alles gut? Schön, alle im Dörtli heute irgendwie, ja? Ja, Tour heute. Und du und Freunde. Für Sarah. Da hinten macht einer Pipi. Verbotenerweise, natürlich. Voll drauf, voll drauf, voll drauf. Ja, die schönen Sam-Hill-Schuhe hier. Guck. Partner-Look. Sie hier. Die Porno-Prinzen, ey. Die Porno-Sara. Die Porno-Sara. Die Porno-Prinzen hier, ey. Die Porno-Prinzen. Sarah mit den Porno-Prinzen. Hallo, ich muss hier schöne Socken anziehen. Du meinst mit dem Porno-Prinzen. Ich mein einer. Heute kriegen wir Sarah ohne Helm und Sarah ohne Hose. Oh. Sarah ohne Hose. Und mit schönen Socken. Die schönen Silam-Socken. Ich hab bestimmt Spaß, wenn die hinter mir fahren. Und ich hab seit drei Tagen die gleichen Sachen an. Und ich hab gestern Chili gegessen. Ich fahr wieder. Woher? Hier, hier. Ohne her oder hinten her? Guck mal, wieso krieg. Am Band sowieso nicht. So, das, 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 das. Das, das, das. Das, 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 das. Warten Panzer. Ach, komm, wir jetzt hier auch. Rein, komm. Ach so. Nimm mal die Hand da weg. Ich seh nix. Oh. Oh. Guck mal, wie der zittert. Oh. Kann ich nicht sehen. Der hängt dazu. Ja, ja. Lass mal los. Hab ich. Mach mal. Siehst du was? 23,8. Alter, du Panzersachter. Geht doch. Geht doch. 23,9 ist doch gut. Ist doch gut. Das war ein guter Wert. Ja. Für den Alu-Rahmen auch noch vor allen Dingen. Ja, kein Alu-Rahmen. Ja, ist Carbon-Ram. Ist Carbon echt? Ja. Hab ich gedacht, ey. Ja. Aber die schwingen nicht. Wie immer. Ah, okay. Mal wieder balken. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Gerade bei so einem Winter, Alter. Mach doch im Mobil fahren gar keinen Bock, ey. Ja, ich hab nur noch keine Zeit. Die bringen uns schon scharf, oder? Die Finger sind kalt. Ja, genau. Aber der Rest ist richtig wahr. Nächste Woche Sonntag kommst du? Mal gucken. Ich hatte mir im Rollo was abgesprochen und... Ach, dann fahren die beiden alleine. Die wollen doch ein Comeback machen. Ein Comeback. Nein, wir wollen einen Trail bauen. Ein Trail bauen. Ein Trail bauen. Ein Trail bauen. Ein Trail bauen. Jetzt erstmal hier leiden. Jetzt muss er erstmal Bikes auspacken, aufbauen, anziehen. Mahlzeit. Kollege, wegen dir können wir schon wieder drei Trails weniger fahren. Anziehen, Alter. Mahlzeit. Mahlzeit. Was? Wo geht's denn ran? Hm? Geradeaus? Fahr mal rein. Alright? Komm, komm. Komm. will. Woh. Hör mal rein. Hä? Wie ist das? Wir wissen, wenn ich werde, wir sehen, wie hier rummieren, das ist. Es geht. Das macht ja. Das macht ja. Ja. Jetzt müssen wir fühlen, wie ist es. Wie ist das? Ja, ja. doch der geht weiter, das lohnt sich aber nicht Witzig ist, der Trail war nass, aber rechts und links, die Blätter waren trocken ja der ist super, den fallen in den unten da müssen wir links rum da, ne? der hat ihn gelästert, wie weit kann man den Wald kaputt für mich ist es, ich gehe in der Suchstunde, dann bin ich morgen für Business wieder bereit am Wochenende bin ich assi jetzt kann er gleich wieder abstürzen noch nicht der seher, weiß doch nix mehr Ralle slippery glitchery, scheiße hallo? ja, das ist ein transfer wir wollen in der Ralle auch mal ein bisschen verdienen lassen die Pedale krass ehrlich? ehrlich? wo Wooh! 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 Freymann! War doch klar! Wunderbar! Ja! Ja! Alle da? Ja! Ja! Und Lars? Und Lars! Boah ey, feier dich voll ab, das Ding! Richtig geil! Der ist richtig gut! Aber hast du gesehen, wie die den Baum da durchgehackt haben? Jaja, die haben abgebrochen oder so! Junge Junge, da haben wir was zu tun gehabt, du! Das war eine tolle Arbeit! Haben mich gesägt, die haben ja abgebrochen! Wahnsinn, dann hat das Ding weggerollt! Wir stehen schon gut! Die können da oben warten, dann... Ne, dann warten sie hier in die Kurve! Lass mal da! Komm! Sanchezco ist da, Sarah ist da oben! Weiter geht's! Hey! Guck mal, der Sauweckerbaum! Geil! Die haben ganze Arbeit geleistet! Die Leute! Korrekt Leute! Korrekt! Jetzt passe ich mal auf heute! Heute muss ich aufpassen! Wunderful! 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 Warte auf die Lameboys, Alter! Du musst filmen! Kriegen doch Fressen hier alle! Da liegt der Paolo! Paolo am Boden! Boah! Ich hab dir das Alter gesagt! Alter, Alter! Aber es war geil! Alter! Boah, ist der nice! Aber hier hat sich grad ein bisschen schießen, muss ich sagen! Boah, ist der nice! Ich hab ja Blüte gesehen! Ja, ja, ich wollte erst kneifen! Richtig, richtig schön! Aber das hier, das letzte Stück ist ja, boah! Mega stein! Alter, was macht der jetzt? Pause da oben, oder was? Mach keinen Scheiß! Direkt am ersten Trail, ey! Jawoll, lass laufen! Lass laufen! Sauber! Ja, Sauber, Ingo! Mega! Ah, da oben hab ich die Kurve nicht gekriegt! Richtig schön! Boah! Du darfst nur laufen lassen, da oben! Ja, voll! Egal, was du tust, ist falsch! Aber ey, der ist ja wohl... Hat da Ohr, der Paolo! Du siehst dich schon wieder! Meine Wader, Alter! Ja? Ja, ja! Boah, da fahr ich nicht runter! Warum? Weil ein Wader zu machen! Boah, es geht nicht wieder rein, die Wader! Juhuuu! Juhuuu! Weiter! Und trotzdem um die Wurzel weggerutscht! Die ist echt tückisch, die Wurzel da oben! Diesmal hab ich sie im Auge gehabt! Ich bin außen gefahren und trotzdem weggerutscht! Ja, echt? Ja, ja! Juhuuu! Jawoll! Ja, sehr gut! Top! Nur mehr kurz gucken, wie es kippisch ist, ne? So! Ich fahr da nicht runter jetzt mit der Wader! Sarah, die ist klein! Nein, Sarah, komm! Komm, Sarah! Boah, jetzt! Hier unten ist eklig, ey! Aber hier unten ist total glücklich, wenn die hier abkommt! Jawoll, Sarah! Nicht auf Martin hören, ganz genau! Rollen lassen! Bremse auf! Jawoll! Der Matti kneift schon wieder! Hat er ja gesagt, nicht machen, ne? Sarah, Sarah, der ist steil! Mach nicht, Sarah, der ist steil! Der blockt die immer! Der Laneball! Aber eins hab ich gemerkt, das Schreien hilft! Du, ohne Scherz! Das bringt mir mal ne Angst! Ja! Paolo, komm nicht! Ohhhh! Er hat gesagt, er wollte das nicht fahren! Aber haben wir schon versucht zu filmen! Pass mal auf! Paolo! Warte mal bitte! Noch nicht fahren! Er hat sich nie gefahren! Er fährt anders! Er hat ja geredet! Hat er gemault? Ja, ja! Von oben an der Wurzel ist er ausgerutscht! Kann man das sehen? Ja! Das ist schon extrem steil! Das ist extrem steil! Das ist ein neues Gefahr! So hoch sind wir gefahren! An der Schlee-Grenze! Wir fahren sogar im Schnee! Ich glaube, das ist die einzige Stelle mit Schnee hier! Bist du ruhig? Das ist ja alles voll! Alles voll Schnee! Alles voll Schnee! Martin, wir haben den ganzen Freitag hier geopfert! Du warst doch mit! Martin war dabei! Ja, genau! Wir haben den ersten links hochgefahren, ne? Alla hohe! Ich weiß nicht ob ich es richtig ist! Aber ich bin der Martin! So guck mal! Ich fülle mir jetzt die Sarah! Ich fülle mir jetzt so viele... Mach die Brille ab! Geiler Trail! Ist einfach nur geradeaus mit so Sprünchen drin! So kleine Sprünge! 1, 2, 3, 3, 2, 1! 2, 1, 3! 2, 1, 3! Okay! Los! Ich bin vor dir! Ich bin vor dir! Ich bin vor dir! Das ist der Halle Trail! Die kennen wir doch hier! Die kennen wir doch! Die sind wir doch hier! Halt rein! alles gut Walle, kümmer so far ja, ja kippt da so weit die anderen Walle! Eka! Walle! Niemals da vorne! Alles frei! Jawoll! Vielen Dank, ganz genau! Vielen Dank Locals! Das war's hier! Achso, jetzt gehen wir weiter oder was? Hier! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt, Alter Ja, ja Ah, kook, hier sind wir direkt hier am Aufschieken hier Und jetzt, Alter 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Genau rein ist ein Ding hier, dieser scheiß Flohkanal Jaaa Jaaa Geile Mann Jaaa Das ist ja dann ein Endfluss, vielleicht geht der Da haben wir jetzt die Halbzeit Warte mal, wischi, wischi Jaaa genau Jaaa genau Jaaa Jaa Jaaa Ja, der kommt gleich hier nach. Ok. wow, was für ein Matschloch der Ausdruck ist besser da fahre ich nichts mehr auch wieder lang viel besser ich fahre da auch noch hinterher ich fahre da auch noch hinterher geil geil Ralle ich hab was in den Augen schön 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 die Sarah, die hängt die ganze Zeit an mir dran Respekt krass, das ist wenn sie einen Speed drauf hat ohne Motor die Sarah hängt an mir dran hier, nicht schlecht hier ich zerwarte dir nicht in der Elk du hast einen guten Abgang gib die Gase mit dem Trampfen komme ich nicht mehr hinterher aber ich wusste, ich wollte gucken wie ihr fahrt weißt du, sie fährt einmal an einem Trail vorbei und ich fahre auch rein in den Baum ne ne war das ein Double? ich hab's nicht gesehen ich hab's nicht gesehen alle da? Lars fehlt Lars fehlt der Kamera muss ja noch weg finden ach so aber Sarah, als sie dann über das Loch gefahren ist dann war sie gleich mal fliegen ich kann nicht gucken weil der Helm so tief sitzt ey, so ne Scheiße aber der Ding ist, wenn dir da zu lang dann drüber fährst ich hab das ja zum Glück gesehen wo redet der? da war so eine Coole drin wie weit warst du hinter mir? er meinte das kannst du ja zu kurz ja ja, der Mimi ja, der ist ja eine halbe Fahrradlänge gewesen ich hab's versucht ey, die war richtig schrotter die Kamera hatte irgendeinen Effekt ja ja, das ist auch gerade auch immer oh stopp, Akkuschwank, 25% fahren oder was? letztes Stück war richtig geil 25% haben wir auch noch was ja ja genau, lass mal Uwe dein Bike holen erst mal so was vor, hier komm fahrt immer weiter genau, wir warten erst mal hier was ist mit dir, lass den Fuß da drauf das heißt doch, der Mädel du bist mit dem Römer, aber nicht der Mädel alles frei wieder stopp boah, was war das denn? bist du aufgesetzt? ne, war das in der ach so ja, ja, aber top boah sam hill, alter, sam hill ich mach's, hey, milie ach ach oh ja 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 dritt, zwei, eins 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 da hast du mir ein bisschen verschnaufen wieso? guck doch, jetzt verschnaufen die ganze Zeit du bist kalt, ne? ja du bist kalt wenn du so viel gepiept, weiß ich nicht, ob meine Kamera noch viel ist wenn du so viel gepiept, weiß ich nicht, ob meine Kamera noch viel ist ja, alter, alter ja, alter das Stück liebe ich hier auch, wa? ja jetzt liebe diese Treino, wa? ja ja w 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 ich liebe diesen trail ich habe es dir gesagt wechseln den akku ich habe eh noch so viel zu filmen den muss ich erstmal rausnehmen er hat wirklich schon wieder gesessen der lässt sich zu viel von seiner alten verwöhnen jetzt ist der akku leer das geht einfach nicht ich habe gar keinen zweiten akku muss nur einmal gucken wie voll der ist also er muss wieder tannenbäume mitnehmen leer komplett leer stoppt der hier macht pitstop auf der straße ich hab dir zeit ich hab dir zeit ich muss die zeit wieder einholen ganz viel stress so können wir attacko kann der kurs komm 3 2 1 fenni fenni 2 2 3 2 2 2 2 3 2 5 4 2 drinnen verloren was los lane boy und seine bremsen die stinken da ist jemand aber nicht in der kuppe oder? da ist es ok? der sucht was oben ist kobart und der limboi power hinterher komm fahr jetzt so 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 Das ist der Einbohr. Da kommt der Oberleumdorch. Jetzt ist der Lame-Boys. Ihr haut einfach ab. Ihr seid einfach losgefahren, ihr Säcke. Super, ich kriege die Garten. Alles klar. Du musst immer eingestehen. Heute wart ihr was schneller. Ein bisschen. Kleines bisschen. Okay. Da kommt noch einer. Ich wollte da nicht gehen bleiben. Vorsicht. Vorsicht. Hallo. 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 Ja, hast du die lange Wurzel gesehen? Hast du die lange gemacht? Ja. Diesen hab ich alles gemacht. Bei den Fronten fahr ich den Kack nicht, aber im Nassen. Bin ich noch nie gefahren, das Ding. Jetzt mal unten raus. Siehste. Die ganze Fahrrad wieder. Das sind gar nicht. Ich bin nie gefahren. Nur in den richtigen Leuten halt. Das war richtig gefahren. Aber ich fand das jetzt ... Fahren wir weiter da. Komm. Wir können unten quasseln. Da kommen ja noch ein paar, oder? Was ist passiert? Was denn? Was guckst du so? Der ist fertig, der Lars. Der ist wirklich fertig. Obwohl, der hat den dritten Tag jetzt hinter sich, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja. Ja, okay. Roadtrip, Lars. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Nee, ist auch gut. Schnee, Regen. Komm, komm, los. Attacke. Schnee, Regen. Paolo. Paolo, wer ist vor, oder was? Gerade war besser. Das ist schon crazy wie hier runterfahren, ey. Ich sehe nichts mehr. Augencreme. Wir sehen uns carries. Ja jetzt lass dich ganz schön! Neh! Scheiße! Neh! Jochen. Gehen. David, jetzt Queen. Eh... hui an augen alter jetzt drehen wir so der schnudder hängt da runter wir laufen die auch ja die auch die ist eine trotzbrille sauber paulo sauber so schlecht war das nicht sauber war gut man das war sehr gut schnell war schnell ja war auch guck Ellenboyz schieße ja dann weiter oder ja los weg bevor es gleich anfängt zu schneien schnell ist er heute schnell bist du heute was ist los jetzt ein neuer matschfahrer oder was neuer matschfahrer das ist doch keine matsch so mag ich wenn der matsch ist dann mag ich ihn nicht ist tödlich guck mal der reifen ist vorn und blutzerblank mein er nicht ja ich glaub wer somit am markt der reifen ist alles gut was ist passiert raller am boden raller am boden raller am boden raller am boden raus unten nicht ein bisschen nahen hier besser hat mir gefallen, hat mir sehr gut ja hallo, normal geil, guck mal den Inder, hast du den Inder gesehen? guck mal den Inder hier, warte ja genau richtig geil pass auf, da steht ein Inder mega leid jawoll Sarah schreit gar nicht bei dem Stein Stück vielleicht ist es irgendwo so ich bin doch müde jetzt die Sarah wird müde hallo ich hab jetzt richtig gemerkt, mir ist die Konzentration weggegangen Sternwarte ab zum Auto Boah, ich fahr da jetzt nicht nochmal hoch muss er fährt da jetzt nicht nochmal hoch warte wo willst du hin sonst? Vorsicht Sarah oi 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 sauber Sarah der Sarah hat so ein bisschen gedauert ich bin nicht rechts, ich bin gerade auf schickelein schickelein ne ne ne, ich bin auch gelaufen hallo ui wir fahren jetzt den, also ich und dann könnt ihr noch einen weiter runter fahren ich bleib oben auf der Ebene ich fahr nicht mal ganz runter ich weiß nicht, du bist ganz unten ne ne ne, ich fahr oben lang mit Sarah und Martin und ihr fahrt ich fahr unten komm fahr da ist nochmal ein harter Anstieg ne, komm das war ja wir fahren und wir fahren anders wir fahren ganz runter oh nein oh nein voll Stau alter krass warte, ich warte auf euch Junge, Junge, Junge Marcelo, hast du euch verkackt das war richtig ich wollte nicht aufs Matschloch fahren und dann war ich zu weit rechts dann ging nicht mehr weiter ich fahrs E480 ne ok fertig 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 mich nach Was ist das? jetzt hier auf? hier meinst du jetzt? hier fassen wir weiter oder das? wir fahren gerade aus, wenn ihr wollt noch runterfahren so bis gleich hey wo treffen wir uns? sternwarte oder was? ja komm fertig? ja gut ja tschau 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 ich treueh Wurzeli! Richtiger Laneboyz! du sauber jungen jetzt hab ich auch er jetzt fahren wir hoch umweg sterbenmarte ist das schönste für mich das schönste abschluss da auch ich muss hinter ralle fahren ich bin im arsch genau geradeaus durch bin ich im arsch aber guck mal Martin sieht man auch mal richtig sauber aus als wenn er losgefahren wäre ja der Jan oh was denn bei ihm war ich jetzt er hat ausgemacht jetzt jetzt ist er reden hallo 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 ja die hat er raus ich geh jetzt zum leben ich bin im arsch was ist das hier weiß ich nicht ja 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 was los ja ja ist das rutschig he halleluja halleluja ja hopse steuern sind die rutsche hier video fresse krass ja pfff ja pfff wow ist das rutschig Schau! Was hast du? Du musst ja 2 Lane Boys russchauen. Was hast du? Du musst ja 2 Lane Boys ausschauen. Mich und Lars waren vor mir. Wird vorgerängelt, ne Mitch? Hast du dich vorgedrängelt? Mitch hat irgendwie die Lane verpasst. Schön, der war geil. Dings bin ich jetzt ins Trudel gekommen gerade. Danke, danke. Auf der Steinplatte. Schön, dass ihr dabei seid. Die Steinplatte war... Da bin ich ein bisschen ins Trudel gekommen. Hier kommt doch einer runter, oder nicht? Ich konnte es nicht sehen, nach der Steinplatte. War dieses Loch? Ja, ist nichts mehr. Kollege, die ist weg. Haben sie platt gemacht, Harvesta. Da ist einer gestürzt. Da war mega 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 nass. Also rutschig, mega rutschig. So auf den Arsch weggegangen hinten. Aber du warst schön schnell, du. War gut. Marcelo war extrem. Ich hab's gesagt auf dem Video. Gib Gas. Keine Chance. Aber hier parken wir mal hier oben eigentlich. Hier kannst du ja rum und dann ist da oben der Parkplatz. Ja, aber da hättest du jetzt wieder hochgemust. Das ist unser krönender Abschluss hier, weißt du? Lieber runter zum Schluss. Ja, ich auch. Da ist unser krönender Abschluss dieser Trail. Wir wissen genau, jetzt wollen wir nichts mehr machen. Jetzt räumen wir zum Auto und fertig. Da kommt der. Ich hab gehört, du warst mega leh. Du hast dich überholt, hat er gesagt. Ja, irgendwann ist... Ja, irgendwann ist... Du bist runtergefahren, ne? War klar. Du musst jetzt ziehen, wie ziehen. Du warst schon durch. Wo denn? Hat schon gezogen. Geht einfach fahren. Mach weg. Ich würd mich auch schämen jetzt. Von der Frau abgezogen, ey. Wie lange der Fahrrad fährt. Das hat mega gut gemacht. Ja. Der fährt schon über 30 Jahre Fahrrad und kann immer eine Frau besiegen hier. Was denn Holland hat er noch mal raus? Mach's da mal einen Balken vor, oder? Du musst auch, wenn du hier ankommst, eine Stunde höher stellen. Ich hab 11.30 Uhr gemacht. So, liebe Leute. Das war's von uns. Das hat er mich gemacht. War schön heute. Griffiger Boden, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Er hat ein Knöllchen, die arme Sau. Er hat ein Knöllchen. Alle ein Knöllchen. Bis zum nächsten Mal.